Liebe Wommerclick-Freunde, wie ihr seht, ich bin hier am Mastervolt-Strand hier in Düsseldorf beim Garavansalon neben mir, der Sebastian von Mastervolt. Und was bist du da genau? Ja, ich kümmere mich um den Vertrieb in Deutschland und ich gehöre zu Mastervolt Amsterdam. Wir sind eine globale Firma und zeigen hier auf dem Garavansalon, was wir an Neuigkeiten haben. Ja, wir können dieses Jahr drei Neuigkeiten präsentieren. Also ich fange mal an mit unserem neuen Ladegerät, dem Chargemaster. Den haben wir letztes Jahr schon vorgestellt. Dieses Jahr wird es Wirklichkeit. Wir bekommen dieses Gerät als Nachfolger von unserem jetzigen Chargemaster. Erstmal in den hohen Leistungsklassen 70 und 100 Ampere und das dann in 12 und 24 Volt Systemen. Dann haben wir hier brandneu ein, wie die Szene oder Branche sagt, Ladebooster. Also ein Gerät, mit dem ich mit der Starter-Batterie oder mit meinem Lichtmaschinensystem, auch mit meinem Fahrzeug, meine Service-Batterie laden kann. Und das Ganze Euro 5, 6 konform. Und hier in der Mitte sehen wir die neue Lidium-Batterie von Mastervolt. Mit einer Batterie, die DIN-Normmaße hat, also die in ein normales Batteriefach passt. Und diese Batterie hat 90 Amperestunden. Hat ein paar nette Features noch dazu. Also diese Batterie hat eine Bluetooth-Schnittstelle. Ich kann also ihren Zustand über ein Mobilfunkgerät auslesen und mir anzeigen lassen. Und dann kann ich diese Batterie out of the box einfach anschließen und benutzen. Wenn ich das Ganze noch um ein Display erweitern will, verbinde ich diese Batterie mit einem Kabel und kann direkt unser Master-View-Easy-Display dran anschließen. So, hier sehen wir mal ein Mastervolt-System. Das Herzstück bestimmt der Lader und Inverter, den es von Mastervolt gibt. Hier der Kombi Ultra. Also die Möglichkeit, die Batterien zu laden und gleichzeitig aus 12 oder 24 Volt 230 Volt Spannung zu erzeugen. Gleichzeitig ist so ein Gerät auch eine Umschalteinheit für Landstrom. Ja, und dann die anderen Komponenten. Die Bordverteilung, den Anschluss an die Lichtmaschine, die Ladung der Lichtmaschine über einen Ladebooster und die Verbindung zu den Batterien. Entweder konventionell, Gel- oder Lithium-Batterien. Alles bei uns als Mastervolt-System über eine Busverkabelung, also ein Systembus, was die einzelnen Komponenten miteinander kommunizieren lässt. Und diese Kommunizierung können wir auch nach außen geben. Wir haben das sogenannte Mastervolt-Empirion-Interface. Und mit diesem Interface können wir die Anlage auch aus der Ferne überwachen und parametrieren. Das Ganze über eine Web-Oberfläche und das bringt uns eigentlich in die nächste Stufe eines Systems. Nämlich ein System möchte ich nicht nur vor Ort nutzen und konfigurieren können, sondern eben auch aus der Ferne. Ja, hier das Mastervolt-Display-Easyview zur Überwachung der Geräte und eben, um zu sehen, wie sind meine Zustände auf den Geräten, wie viel Verbrauch habe ich im Moment und wie lange kann ich bei diesem Verbrauch meine Batterien noch benutzen. So, jetzt haben wir über Schalten und Steuern gesprochen. Ich kann mir das Ganze auch visualisieren, zum Beispiel auf einem iPad. Und jetzt kannst du dir das mal angucken. Wir haben hier eine komplette Steuerung eines Reisemobils mal simuliert. Hier oben sehen wir die Werte, wir sehen den Landanschluss, wir sehen die Starter-Batterie, die Überwachung der Starter-Batterie. Wir sehen die Tanks mit ihren Zuständen und wir können jetzt sehen, wo wir im Fahrzeug schalten wollen und das Ganze dann auch ausführen. Und wir sehen eine Rückmeldung im Foto. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich Alarme anzeigen zu lassen. Oder ich kann das ganze Fahrzeug mit einem Schalter in den Nachtmodus schalten. Das Ganze nennt sich Mode-Steuerung. Das heißt, meine Idee ist dabei, ich möchte mit einer Taste mein ganzes Fahrzeug in eine andere Szene bringen. Das war jetzt ein kurzer Überblick über unsere Neuheiten von Masterwold. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserem Stand, auf dem Caravan-Salon besucht oder auf den anderen Messen, die jetzt noch folgen dieses Jahr. Natürlich findet ihr das Ganze auch im Internet unter www.masterwold.de für die deutsche Seite oder www.masterwold.com für die europäische und weltweite Versorgung. Das war es von der Messe in Düsseldorf und wir würden uns freuen, Sie als Kunden gewinnen zu dürfen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bis dahin, Ihr Masterwold-Team. Bis dahin, Ihr Masterwold-Team.